Ein anderer Spieler, der gerade wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, hat noch eine Frage an dich unter der Rubrik. Sag doch mal. Oh, wer ist denn das? Hallo, lieber Marco. Ich habe eine schöne Frage für dich. Da du ja auch ein etwas hellerer Typ bist wie ich, wollte ich dich fragen, ob du schon mal so einen richtig starken Sonnenbrand hattest. Liebe Grüße. Scheiße. Ja, da muss ich mit Ja beantworten. Da muss ich allerdings zu sagen, ich weiß nicht, ob er das auch erzählt hat. Das war mit ihm zusammen sogar. Ach, da hast du dir den Sonnenbrand geholt? Ja, wir beide zusammen. Und zwar war das 2012 bei der Europameisterschaft in Polen oder Ukraine. Nach irgendeinem Spiel, was wir gewonnen haben. Am nächsten Tag hatten wir halt frei und da war super Wetter. Und dann haben wir uns, so wie wir beide dunkle Hauttypen sind, in die Sonne gelegt und es war sehr warm und haben uns wohl nicht so gut eingecremt. Soll ich mal das Bild zeigen? Ja, am Abend habt ihr dann so etwas ausgeschaut wie Krebse, oder? Ey, Novi, du kannst dich nicht vorstellen, ehrlich. Ich konnte, ich glaube, eine Woche nicht auf dem Bauch schlafen. Was für eine herrliche Geschichte. Weil ich eigentlich ein Bauchschläfer bin und es war unglaublich ehrlich. Aber wenn du das Bild jetzt gleich siehst, dann wirst du sehen, dass... Du kannst ja weiter... Du kannst weiter suchen, ich frage... Ich zeig dir. Aber bei mir ist noch... Guck mal bei mir. Darf mal das kurz in die Kamera halten? Ja. Das ist wirklich sensationell. Da kann ich mir vorstellen, dass du lange Zeit nicht auf dem Bauch schlafen kannst, wenn du Bauchschläfer... Und da geht ja gar nichts, ne? Aber vor allem, guck mal, wie wir aussehen. Guck mal, wie jung. Ja. War sehr schmerzhaft, kann ich auf jeden Fall sagen. Also... Ich habe daraus gelernt... Bitte eincremen. Ja. Mit 50 auf dem Bauch. Danke nochmal, Schü, für die Frage. War wieder klar.